Ist sie jetzt doch ein Mann? Ihr erinnert euch bestimmt an die Olympischen Spiele 2024, denn da gab es dieses Riesenthema beim Frauenboxen. Und zwar ging es um die Boxerin Imane Kelev, wo man sich nicht sicher sei, ist sie jetzt ein Mann oder eine Frau? Denn wenn ein Mann beim Frauenboxen mitmacht, kann es ganz schön gefährlich für die Frauen werden. Darüber habe ich auch schon auf meinem Hauptkanal berichtet und ich wurde dafür richtig gehatet, weil ich meinte, das geht gar nicht. Aber man muss dazu sagen, die Informationslage war auch unsicher. Mal hieß es, sie ist eine Frau, mal hieß es, sie ist ein Mann, mal hieß es, sie ist eine Frau mit Gendefekt. Und jetzt gibt es neue Informationen. Also doch, laut medizinischen Gutachten handelt es sich bei Imane Kelev um einen Mann. Ich? Sie? Nein. Doch. Drei Monate nach dem großen Olympiaskandal, wo angeblich ein Mann bei den Frauen gekämpft hat und alle Frauen absolut beiseite geräumt hat, um die Goldmedaille zu gewinnen, gibt es jetzt neue Informationen, neue Ärzteberichte sind aufgetaucht, die beweisen, dass Imane Kelev tatsächlich ein Mann ist. Viele verschiedene Zeitungsartikel berichten gerade über dieses Thema, unter anderem die Weltwoche und noch viele andere. Ich lese euch jetzt aber aus die Weltwoche vor, weil das einfach auf Deutsch ist und gut geschrieben ist. Bevor wir jetzt ab loslegen, gibt es erstmal eine ganz gute Werbung für ESN, denn aktuell gibt es bei ESN noch 20% Rabatt auf alles. Egal was es ist, packt es in den Warenkorb, tippt die Rabattcon Ringlife ein und ihr spart sonst. Diese Aktion ist schon wieder veraltet. Aktuell gibt es die 4 zu 3 Aktion bei ESN. Das heißt, jedes vierte Produkt gibt es umsonst. Ich persönlich kann euch das Isoclear empfehlen, trinke ich immer nach dem Training. Ich habe hier eines der neuen Varianten, Less Sweet Pfirsich. Was mir daran gefällt, es ist weniger süß und dementsprechend auch weniger Süßstoff drin. Falls ihr darauf achtet, dass ihr nicht so viel Süßstoff in eurer Ernährung haben wollt, ist das optimal. Und natürlich kann ich euch empfehlen, vier Dosen zu holen, denn dann ist die vierte Dose gratis. Für die Leute, die Kaffee mögen, der Protein-Kaffee Flexpresso ist eines meiner persönlichen Favoriten. Ich mag gerne Karamell oder White Mocha. Schmeckt absolut geil. Weiter mit dem Video. Hier meine Auflistung an Supplementen, die ich täglich nehme. Die könnt ihr gerne genauso nachbestellen. Jetzt geht's los. Also, ich lese euch mal ganz kurz vor, was in diesem Artikel steht an neuen Informationen. Rund drei Monate, nachdem Imane Khalif die Goldmedaille in Frauenboxen bei Olympia gewann, sorgte nun ein weiterer medizinischer Bericht für Wirbel und stellt klar, Khalif ist tatsächlich ein Mann. Das Gutachten wurde bereits im Juni 2023 verfasst, also ein Jahr vor den Olympischen Spielen. Beteiligt waren sowohl das Kremlin-Bizetre-Krankenhaus in Paris, als auch das Mohamed-Lamin-Debagin-Krankenhaus in Algier, der Hauptstadt Algeriens. Also zwei verschiedene Krankenhäuser. Als verantwortliche Ärzte gelten die Endokrinologen Somaya Fedala und Jacques Young. Ein Arzt in Paris, ein Arzt in Algerien. Zwei unterschiedliche also. In dem Gutachten wird Khalif eine sogenannte 5-Alpha-Reductase-Deficiency attestiert. Diese Variante der Geschlechtsentwicklung beeinflusst die normale Entwicklung der Sexualorgane eines Kindes. Männliche Babys würden daher oft fälschlicherweise nach der Geburt als weiblich eingetragen werden, da sie über deformierte Genitalien verfügen, die oft das Erscheinungsbild einer Art Vagina hätten. Üblicherweise würde die Variante der Geschlechtsentwicklung in der Pubertät zutage treten, wenn die Jugendlichen beginnen, die männliche Pubertät zu durchlaufen, während sich weibliche sekundäre Geschlechtsmerkmale wie Brüste nicht ausbilden. Ja, was meiner Meinung nach bei Imane Kelif zutrifft, denn besonders viel Oberweite hat sie nicht. Kann aber auch daran liegen, dass Leute, die viel Sport machen, also auch Frauen, bei denen geht die Oberweite zurück aufgrund des geringen Körperfettanteils. In der adäquate medizinischen Feststellung würden viele 5-Alpha-Männer fälschlicherweise bis ins Erwachsenenalter davon ausgehen, Frauen zu sein, was erklären könnte, weshalb Kelifs Familie ihn tatsächlich in dem Glauben erzogen haben könnte, ein Mädchen zu sein. Das Gutachten, das der französische Journalist Jafar Ayd-Audi einsehen konnte, stellt fest, dass Kelif über keinen Uterus verfügt. Dafür soll er nach innen liegende Hoden und einen sogenannten Mikropenis haben. Der Vier... Ja, das mit dem Mikropenis trifft auf jeden Fall auf den ein oder anderen Twitch-Streamer zu. ...begrößerte Klitoris aussieht. Ein Chromosomentest soll zudem XY-Chromosomen ergeben haben. Zudem soll Kelif über ein für Männer übliches Testosteron-Level verfügen. Das alles bestätigt ja eigentlich genau das, worüber wir vor Monaten diskutiert haben. Und zwar, dass Imane Kelif ein Mann ist. Und ich gehe jetzt davon mal aus, dass diese Berichte alle der Wahrheit entsprechen, weil es sind ja nicht nur diese zwei Berichte. Man könnte ja sagen so, oh ja, diese Berichte wurden gefälscht und sind jetzt im Nachhinein aufgetaucht. Mag natürlich sein. Aber vergessen wir nicht, dass 2023 Imane Kelif bereits von den Box-Weltmeisterschaften gesperrt wurde. Ausgetragen von der IBA, also von dem Internationalen Boxverband. Weil die auch damals getestet haben und gesagt haben so, nein, das ist keine Frau, das ist ein Mann. Ja, und die hat XY-Chromosome, bedeutet, die ist ein Mann. So, wurde von den Box-Weltmeisterschaften gesperrt. Das Olympische Komitee hatte diese Informationen, hatte diese Berichte und hat dann gesagt, Hm, nee, ist trotzdem eine Frau, steht im Pass, ist eine Frau, ist für uns also eine Frau. Und hier an der Stelle verstehe ich nicht, warum die Olympia nicht ein bisschen Geld in die Hand nimmt, um das einfach mal testen zu lassen. Anstatt das so riesengroß in den Medien werden zu lassen, hätten die einfach nur einen Arzt holen müssen, der das Ganze bestätigt und testet. Ich meine, das mit dem Testosteronspiegel war auch vorher schon klar. Ich habe es auf meinem Hauptkanal behandelt. Und da war ich der Meinung, selbst wenn sie eine Frau ist, wenn sie einen erhöhten Testosteronspiegel hat, hat sie einen unfairen Vorteil und das ist gefährlich für die anderen Frauen, gegen sie anzutreffen. Ich meine, wir reden vom Boxen. Das erklärt ja zum Beispiel auch, die IBA hat doch vor zwei Monaten oder vor drei Monaten während den Olympischen Spielen, haben die doch eine Pressekonferenz abgehalten, in der sie über das Ganze geredet haben. Und in der Pressekonferenz haben die gesagt, wir haben die ganzen Berichte vor uns liegen, wir dürfen sie aber nicht zeigen, weil uns die algerische Behörde oder irgendwas geschrieben hat, wir dürfen diese Dokumente nicht zeigen. So, also es wussten anscheinend alle, was bei dieser Sache los ist und es wurde dennoch zugelassen, dass Imaneke lief bei den Frauenboxen. Und wir haben alle gesehen, was passiert ist. Imaneke lief, ist durch jede gegnerische Boxerin durchmarschiert, wie ein heißes Messer durch Butter. Absoluter Skandal und das kann eigentlich nicht sein. Ich meine, du machst bei der Olympia mit, da geht es um eine Goldmedaille, um viel Geld, um viele Werbepartner. Und wenn du da deine Gegner so easy umhaufst, da kann doch etwas nicht stimmen. Außer du bist jetzt ein Wunderkind wie Mike Tyson damals. Da gab es gar keinerlei Widerwehr, nichts. Die haben alle auf die Fresse bekommen und mit Leichtigkeit gewonnen. Und ey, vergessen wir bei diesem ganzen Thema nicht, es geht nicht nur um Imaneke lief, da gab es noch einen Boxer, der sich genau dasselbe Zeug erschmuggelt hat. Der Boxer aus Taiwan, Ling Yu Ting oder irgendwie wie der hieß. Der ist genau dasselbe bei dem. Über den sollte man eigentlich genauso sprechen und bei dem sollten auch die Berichte alle öffentlich kommen. Weil es ist eins zu eins dasselbe Thema bei dem, nicht nur bei Imaneke lief. Jetzt können natürlich mal wieder irgendwelche Paradiesvögel kommen und sagen so, ja, aber wenn sie als Frau erzogen wurde und aufgewachsen ist, ist sie eine Frau. Nein, ist sie nicht. Vielleicht ist sie im Kopf eine Frau. Vielleicht denkt sie tatsächlich, dass sie eine Frau ist. Vor allem, wenn ich mich als Frau identifiziere, da bin ich eine Frau. Kannst natürlich denken, aber dann nicht beim Frauenboxen mitmachen. Also ihr habt es gehört, Freunde. Ich identifiziere mich bei der nächsten Olympia einfach als Frau und gehe ein paar Frauen umboxen, um mir eine Goldmedaille zu verdienen. Auch wirklich, dass sie eine Frau ist. Ist sie aber nicht. Sie bzw. er ist körperlich ein Mann. Innenliegende Hoden produzieren trotzdem Testosteron, bedeutet eine männliche Pubertät, bedeutet eine männliche körperliche Entwicklung. Robustere Knochenstruktur, dichtere Muskelstruktur, höheres Lungenvolumen. Alles ist besser. Das ist wie eine Frau, die seit Jahren, seit Jahren, seit Jahren massiv Steroiden nimmt. Und das ist auch nicht erlaubt. Deswegen sollte eine Teilnahme von einer Frau, die über diesen genetischen Defekt verfügt und eigentlich ein Mann ist, beim Frauensport nicht erlaubt sein. 100% seiner Meinung. Das ist gefährlich für die anderen Frauen. Ich meine, wenn eine Profiboxerin von einem Profiboxer mal so einen richtigen Punch kriegt, hat das eine ganz andere Wirkung, als wenn sie das von einer Frau bekommt. Ich meine, das ist schon sehr lebensgefährlich. Und da kann sie einfach mal abkratzen, ne, beim Boxkampf. Ich finde das krass einfach, dass das Olympische Komitee hier aktiv betrogen hat. Die wussten, was Sache ist. Und die haben dennoch zugelassen, dass Imane Khalif hier bei den Frauen kämpft und sich eigentlich mehr oder weniger die Goldmedaille unsauber erschleicht. Heftig auf jeden Fall, weil ich wurde auch wochenlang beleidigt auf YouTube, auf Instagram und so weiter und so fort, weil ich mich zu diesem Thema geäußert habe und selber klar gesagt habe, dass es unfair ist und das nicht so sein sollte. Zwischendurch gab es so ein bisschen so, man wusste nicht ganz genau, was Sache ist. Und da habe ich auch noch gesagt, ey, tut mir leid, falls die wirklich eine Frau ist und so weiter und so fort. Aber ich glaube dennoch nicht daran und das sieht für mich aus, als wäre das ein Mann. Wurde auf und ab beleidigt auf Social Media, auf YouTube, in den Kommentaren, auf Instagram, in den Nachrichten und so weiter und so fort. Und jetzt zeigt sich anscheinend also, dass das Ganze doch der Wahrheit entspricht. Ja, safe. Bei mir war es nicht anders. Mein Video ist zwar nicht so viral gegangen, wie das von Ringlife. Ich glaube, er hat da über eine halbe Million Views drauf gehabt. Bei mir waren es um die 100.000 oder so. Auf jeden Fall wurde ich da auch komplett beleidigt, so von wegen frauenfeindlich und so weiter, wo ich mir denke, was ist daran frauenfeindlich, wenn ich davon ausgehe, dass sie ein Mann ist, weil sie einen erhöhten Testosteronspiegel hat? Bist du nicht frauenfeindlich, dass du es befürwortest, dass ein Mann andere Frauen verprügelt? So, schauen wir mal, wie das jetzt weitergeht. Wird ihr die Goldmedaille, ihr ihm, ich weiß jetzt selber gar nicht mehr, was ich die ganze Zeit sagen soll, wird ihm die Goldmedaille aberkannt oder nicht? Und ich hoffe auf jeden Fall, dass dieses Olympische Komitee, so wie das jetzt gerade ist, komplett rausgeschmissen wird und da neue Leute eingesetzt werden, die über normalen Menschenverstand verfügen und nicht über irgendwelche politischen Agendas den Sport hinaus kaputt machen. Ja, Freunde, ich wollte eigentlich heute ein ganz anderes Video machen, aber ich habe... Ja, ich glaube, das war es schon mit dem Video. Wie gesagt, ich bin komplett seiner Meinung, das geht überhaupt nicht fit, dass irgendeine Frau, irgendein Mann beim Frauenboxen mitmacht und die ganzen Frauen da weghaut und sich die Goldmedaille holt. Einerseits tun mir auch die Frauen leid, die ihr ganzes Leben trainieren, um dann gegen einen Mann kämpfen zu müssen, der ihn voll auf die Fresse haut. Ja, was soll ich dazu sagen, Freunde? Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben da, damit wir mehr Leute erreichen und ganz wichtig, abonniert natürlich diesen Kanal und wie gesagt, Freunde, wenn ihr Supplements braucht, die 4 zu 3 Aktion läuft bei ESN, das heißt, jedes vierte Produkt ist umsonst. Perfekt, um sich einen kleinen Vorrat hiervon anzulegen. Danke fürs Zuschauen.